Familie bedeutet für mich persönlich Sicherheit und ein Ort, an dem ich Ruhe finden kann. Familie ist für mich einfach ein Ort der Geborgenheit, der Liebe. Ich selbst bin Familienvater. Wir haben vier Kinder großgezogen, haben mittlerweile sechs Enkelkinder. Und es ist einfach schön, wenn man jetzt die Jüngste im Arm hat und sieht dieses kleine Wesen. Es macht einfach Spaß. Das kann man nicht beschreiben. Man muss es einfach erleben. Man ärgert sich, man freut sich, man weint mit den Kindern, man spielt mit den Kindern, man ist mit den Kindern unterwegs. Wenn man dann sieht, dass die Kinder verantwortungsbewusst sind, stark sind, weil man halt selbst sie dazu erzogen hat, das gibt einem unwahrscheinlich viel. Familien sind wichtig, um sich gegenseitig Halt zu geben, um sich zu fördern, um sich zu unterstützen und zum Entwickeln. Familie ist mir ein Herzensanliegen, persönlich als auch für die Gesellschaft im Allgemeinen. Familie ist für mich ein Stück weit Heimat. Familie, das sind Wurzeln, wo ich einfach nochmal weiß, woher ich komme, woher ich stamme. Das kann man eben auch nicht bezahlen und das geht nicht. Das ist unbezahlbar. Es gibt immer weniger Familien, es gibt immer mehr Kinderlose und entsprechend wird auch die Politik handeln, weil die auf Mehrheiten aus ist. Politik reglementiert größtenteils von oben herunter an den Menschen vorbei, weil dort oben Berufspolitiker sitzen. Es gab ja mal den alten Spruch, der Bundestag ist einmal voller, einmal leerer, aber immer voller Lehrer. Die Gesellschaft ist im Parlament nicht wirklich repräsentiert. Es ist oft überhaupt kein Luxus, wenn die Frau arbeitet. Die arbeitet nicht für zweiten Urlaub, sondern die muss wirklich arbeiten gehen, weil das Geld nicht reicht. Mit dem Kindergeld können sie niemals ein Kind erziehen. Wenn man die Zahl der Single-Haushalte mal betrachtet, die steigen in einem wahnsinnigen Maß. Und ich denke mal, das ist schon ein ganz klares Zeichen. Familien brauchen ein Sprachrohr und das gibt es bei uns in der Parteienlandschaft überhaupt noch nicht. Die Familienpartei hat sich zur Aufgabe gemacht, Ideen zu entwickeln, Familien zu stärken. Wir wissen, dass eine Gesellschaft ohne die Urzelle Familie nicht funktionieren kann. Wir können nicht weiter Schulden machen, die unsere Kinder abbezahlen müssen oder mittlerweile sind es ja schon unsere Enkel. Wir als Eltern haben jahrelang mitbekommen, was es heißt, Kinder zu erziehen. Und wir versuchen jetzt für die anderen Eltern zu sehen, wo sind einfach die Probleme, wo kann man was verbessern. Das kann nur erreicht werden, wenn Kinder und Eltern in der Politik auch eine stärkere Lobby haben. Wir müssen die Kinder als Zukunftsfaktor mit in unsere Überlegungen einbauen. Ohne Familie würde die Gesellschaft nicht funktionieren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir als Familienpartei wachsen und dass es eben viele gibt, die das unterstützen. Wir wollen jetzt was verändern. Wir wollen, dass auch Eltern und Kinder an eine Zukunft glauben können. Denn ohne Kinder geht gar nichts. Und deswegen ist die Familienpartei genau richtig. Und deswegen ist die Familienpartei sehr wichtig.